Charlotte Mayhoff, die Moderatorin bringt erstes Baby zur Welt Die RTL-Familie hat Nachwuchs bekommen. RTL-Aktuell-Moderatorin Charlotte Mayhoff 40, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die freudige Botschaft verkündete die frisch gebackene Mama auf Instagram. Zu einem Foto, das die Hand ihres Babys zeigt, schreibt Charlotte Mayhoff, hat mich schon ganz fest im Griff. Das kleine große Glück. Alles ist gut gegangen und wir sind dankbar, so einen süßen kleinen Kerl ab jetzt bei uns zu haben. Bitte habt Verständnis, dass ich in den nächsten Wochen hier noch nicht so aktiv sein werde. Ich melde mich dann, sobald es wieder losgeht. Ihre Schwangerschaft gab der Sender im September 2022 bekannt. Ich freue mich sehr. Und natürlich bin ich auch schon ganz gespannt darauf, wie das Baby unser Leben durcheinander wirbeln wird, so die Moderatorin damals.